Musik Ich habe deine Videos auf YouTube gesehen. Das ist das erste Mal, dass ich dich live sehe. Ich habe also eine grundlegende Frage, die jedem hier helfen wird. Jeder spricht darüber, du weißt schon, uns selbst zu kennen. Und der erste Schritt ist, nach innen zu gehen. Und der Weg, um nach innen zu gehen, ist Meditation. Und wenn ich versuche... Bitte, ich weiß nicht, ich habe solche Dinge nie gesagt. Ich weiß nicht, wer alles solche Dinge gesagt hat. Okay, also wie gehen wir dann nach innen? Das ist die Frage. In was? Du bist doch schon in der Halle. In was denn? In uns selbst. Oh. Okay, wenn das der wahre erste Schritt ist, um Antworten auf all die Fragen zu kennen, wenn nach innen zu gehen die Antwort ist, wie machen wir das dann? Zuallererst musst du verstehen, was innen ist, okay, und was außen ist. Wenn du nicht verstehst, was innen und außen ist, dann wirst du an all die falschen Orte gehen. Nun, was ist innen, dein Körper, über einen Zeitraum angehäuft, ja oder nein? Hallo? Ma? Was du anhäufst, kann dir gehören, es kann nicht du sein. Ist das soweit klar? Was auch immer es sein mag. Was du anhäufst, kann dir gehören, es kann nicht du sein. Also dieser Körper ist eine Anhäufung. Was du als mein Verstand bezeichnest, der gesamte Inhalt des Verstandes ist angehäuft, abhängig von dem, was du in deinem Leben ausgesetzt bist. Dein Körper ist also ein Haufen Nahrung, klein oder groß. Dein Verstand ist ein Haufen Eindrücke, ebenfalls klein oder groß. Zwischen diesen beiden Haufen, wo zur Hölle bist du? Also, innen, außen, lass diese Worte weg. Was Sprache angeht, gibt es nur so viel Spielraum. Also innerhalb dessen versuchen vielleicht verschiedene Menschen, sie in unterschiedlicher Weise zu benutzen. Wir wissen nicht, in welchem Kontext sie es verwendet haben. Du hast alle in einen Topf geworfen und gesagt, das habt ihr alle gesagt. Ich weiß nicht, wer all diese Menschen sind. Verschiedene Menschen verwendeten verschiedene Methoden in ihrem Umfeld. Unter Berücksichtigung der Menschen um sie herum und was am besten für die Menschen um sie herum geeignet war, dementsprechend haben sie höchstwahrscheinlich gearbeitet. Wenn sie aufrichtig sind, hätten sie mit den Menschen um sie herum gearbeitet, nicht mit Konzepten von irgendwoher. Was, wenn man sich eine individuelle Person anschaut, wird man etwas tun, was für diese Person funktioniert. Was man mit dieser Person macht, funktioniert vielleicht bei einer anderen Person nicht. Man wird mit dieser Person etwas anderes machen müssen. Aber du sprichst von einem Allgemeinen, innerlich, äußerlich. Bestimme also zuerst, was innerlich und äußerlich ist. Im Moment ist alles nach außen gerichtet. Die Welt ist außen, der Körper ist auch äußerliches Material. All das Material im Verstand ist auch äußerlich. Was ist also dieses innerlich, von dem du sprichst? Dann wirst du sofort sagen, Atma, Paramatma, Seele, das hier. Jetzt begibst du dich in ein Glaubenssystem. Du weißt es nicht. Du weißt, dass du einen Körper hast, ja? Hallo? Bitte überprüft eure Nachbarn. Du weißt, du hast einen Körper. Du glaubst, du hast einen Verstand. Aber bis zu einem gewissen Grad weißt du es. Aber der Rest ist Glaube. Ja oder nein? Ich stelle nicht in Frage, ob es wahr oder falsch ist. Darauf wollen wir gar nicht eingehen. Aber es ist Glaube. Es liegt noch nicht in deiner Erfahrung. Wenn du über etwas sprichst, das noch nicht in deiner Erfahrung ist, bist du, um es ganz offen zu sagen, einfach ein verdammter Lügner. Das bedeutet es. Aber weil Lügen heilig sind, Lügen in den heiligen Schriften geschrieben stehen, Lügen von allen möglichen Menschen wiederholt werden, die unterschiedlich gekleidet sind, was heilig sein soll, jedoch lächerlich ist. Aus diesem Grund sollst du diese Worte nicht in Frage stellen. Überall, wo man hingeht, sagen die Leute als erstes, Satguru, was ist mit der Seele? Ich frage sie, welche Sohle, rechte oder linke? Lass uns daher nicht über etwas reden, das nicht in deiner Erfahrung liegt. Im Moment ist dein Körper zu einem gewissen Grad in deiner Erfahrung. Dein Verstand ist zu einem gewissen Grad in deiner Erfahrung. Den Rest kennst du nicht. Aber wir können Schluss folgern. Wenn ich so viel Körper anhäufen muss, wenn ich so viel Verstand anhäufen muss, muss etwas Grundlegenderes da sein, ja? Etwas Grundlegenderes muss da sein. Wir wissen nicht, was zur Hölle es ist. Vorerst werden wir es du nennen. Wie wirst du in dich selbst hineingehen? Frage ich. Du kannst in diese Halle gehen. Du kannst aus dieser Halle gehen. Wie wirst du in dich selbst hineingehen? Frage ich. Ich sage, wir lassen das. Das ist nicht der Weg. Du machst es auf diese Weise. Was nicht du bist, all diese Dinge, die hältst du beiseite. Heute, bevor du ins Bett gehst, alles, was nicht du bist, halte es beiseite. Sie mögen wertvoll für dich sein. Du denkst darüber nach, dein Haus, bist das du? Oh, mein Haus. In Ordnung, du hast viel Leidenschaft dafür, aber in Ordnung, halte es beiseite. Dein Ehemann, bist das du? Nein, das ist einfach. Er ist nicht ich. Meine Kinder, sind sie ich? Oh, leichte Schwierigkeiten, aber nein. Sie sind nicht ich. Sie fangen an, es dir zu sagen. Wenn sie zwölf sind, haben sie es dir schon gesagt. Also die Kleidung, die du trägst, bist das du? Nein. Der Körper, den du trägst, bist das du? Nein. All diese Gedanken und Gefühle, bist das du? Nein. Alles, was nicht du ist, lass es auf einen Haufen. Nicht physisch, mach das einfach mental. Halte alles beiseite. Lass mich sehen. Jeden Tag übst du das. Eines Tages, wenn du erfolgreich alles, was du nicht bist, beiseite hältst, wird das, was du bist, da sein. Wir haben zu viele Vorstellungen von Dingen, die wir nicht gesehen haben. Das ist ein großes Problem. Shankaran Pillai ging zu Britannia. Darf ich? Du liebst Geschichten hier. Shankaran Pillai ging zu Britannia Industries, um einen Job zu finden. Um einen Job zu finden. Sie suchten also nach einem wirklich cleveren, weitsichtigen Vertriebsleiter. Also stellten sie ihm eine Frage. Was ist weiter entfernt? Mumbai oder der Mond? Shankaran Pillai dachte nach. Er sagte, Mumbai. Sie sagten, was? Mumbai ist weiter entfernt als der Mond? Er sagte, ja. Wie das? Nun, ich kann den Mond sehen, Mumbai kann ich nicht sehen. Was ich also damit sage ist, wenn du dich nach deiner gegenwärtigen Wahrnehmung richtest, wirst du zu den völlig falschen Schlussfolgerungen kommen. Habe es daher nicht eilig, Schlussfolgerungen zu ziehen. Lasst uns ein wenig mehr Aufmerksamkeit schenken. Du bist ein wertvolles Leben, das etwas Aufmerksamkeit verdient, nicht wahr? Suche nicht die Aufmerksamkeit anderer Leute. Deine eigene Aufmerksamkeit hat dieses Leben nicht Aufmerksamkeit verdient? Schenke dem Aufmerksamkeit. Mit genug Aufmerksamkeit wird alles klar sein. Alles Mögliche über dich fragst du mich. Wenn ich es dir sage, was hast du dann? Du hast ein paar Wörter mehr. Du hast ein paar Wörter mehr. Das wird dich nicht im geringsten der Wahrheit näher bringen. Ein Wort mehr oder zehn Wörter mehr bringen dich der Realität überhaupt nicht näher. Du wirst nur mehr Dinge haben, die du jemand anderen sagen kannst. Diese Art von Hörensagen verbreitet sich in der Welt. Jeder weiß, wo Gott ist, wer seine Frau ist, wie viele Kinder er hat, wann sein Geburtstag ist, seine Adresse. In jedem Bajan singen die Leute seine Adresse, wo er ist und wie man ihn erreichen kann. Aber sie wissen rein gar nichts über sich selbst. Diese Art von, wie soll ich sagen, sehr sachkundiger Unwissenheit ist gefährlich. Verstehst du? Wenn du es nicht weißt, ist es kein Problem. Wenn ich erkenne, ich weiß es nicht, ist die Möglichkeit zu wissen immer da, nicht wahr? Wenn ich es nicht weiß und ich denke, ich weiß es, dann habe ich alle Möglichkeiten zerstört. Wir sind also bei vielen Dingen angelangt. Wir wissen in jeder Kultur, wissen sie, was die Natur Gottes ist, wo er wohnt, wie das Ambiente dort ist und alles Mögliche, weißt du? Jeder kennt die Geografie des Himmels, stimmt's? Oder nicht? Aber du weißt rein gar nichts über dich selbst. Es ist an der Zeit. Es ist an der Zeit, dass wir dem Aufmerksamkeit schenken, denn alles, was du weißt, kennst du nur so, wie es an das Firmament deines Verstandes projiziert wird. Du kennst nichts auf irgendeine andere Weise, ja oder nein. Was du also in Ordnung bringen musst, ist, du siehst alles in einem Spiegel deines Verstandes, und der Spiegel ist schief. Bring ihn zuerst in Ordnung. Als erstes musst du ihn stabil machen, flach, ein richtiger glatter Spiegel, sodass du alles so siehst, wie es ist. Zeigt dir der glatte Spiegel alles so, wie es ist? Alles umgekehrt, weißt du? Dann musst du ihn umdrehen. Das erfordert viel mehr Geschick. Die meisten Leute können nicht einmal einen Dosa umdrehen. Nun, das ganze Universum umzudrehen, das ganze Leben, das sich in deinem Verstand widerspiegelt, um das umzudrehen, ohne es in Stücke zu zerschmettern, wird viel mehr erfordern. Aber das Erste ist, den Spiegel so zu glätten, dass er dir alles so zeigt, wie es ist. Nicht auf irgendeine andere Art. Momentan wird alles abhängig von dem gesehen, wie du mit etwas identifiziert bist. Jede Identität hat den Spiegel deines Verstandes verzerrt, und er zeigt dir die Dinge auf eine völlig andere Weise, als sie tatsächlich sind. Hör also als erstes auf, über Dinge zu sprechen, die du nicht kennst. Keine Seele, kein Atman, kein Paramatman, kein Gott, kein Göttliches, kein Himmel. Sprich über etwas, das du kennst. Und dann wird die Sehnsucht, den nächsten Schritt zu machen, stark werden. Ansonsten, wenn du die Geografie des Himmels kennst, wo ist dann die Notwendigkeit, irgendetwas Aufmerksamkeit zu schenken? Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!